Schocki, Schocki, Schocki. Sie haben deutlich weniger Struktur wie wir, was? Wer macht mal die Ansage? Mach ich. Ich hätte gerne... Wie stehen wir denn? Jagd-E guckt hier die Gasse. Dann will ich die Heavis ansonsten erst mal so hier orientiert. Hier diese Straße. Die Jagdpanzer halten sich ansonsten erst mal hier hinter, dass ihr so aber trotzdem hier so mit reinwirken könnt. Bolle, wir gucken dann mal hier, was hier so kommt. Ah ok. Aber nicht zu weit. Ne. Kein. 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 Du hast gar kein Heat, Dennis. Klar. Nein du hast kein Heat! Ich hab ein Hash. Wenn du ist Heat hast fress ich einen Besen. Ich hab ich unhash... Entschuldigung... Frisset Besen, komm Tim! Du hast keinen Besen, eh du hast kein Heat, deswegen brauche ich keinen Besen... Du hast keinen Besen! Das klingt gut! Das wäre ein Besen als Dennis-Verteilung. Dann frechst du halt den Staubsauger. Äh, vorne wird's nicht vorsichtig, ne? Ne. Äh, Jagdpanzer-Verteilung bis jetzt gefällt dir gut. Äh, hier die EN-100s ansonsten können hier mal ein bisschen mit aufschließen. 60TP geradeaus zu. Und 430er hier oben. Harte ich auf das Objekt. Äh, 430er kommen. Ich bin auf dem EBR. Ich prall ab am Objekt. Nein! Doch. Oh. 35 U, CT. Wolle eigenes Ermessen vortasten. Okay, die anderen 3 Beats fehlen noch. Ja, das 430 ist hier und der Leo ist auch hier. Okay, alles klar. Ah, die Schlag auf mich! Er ist hier bei mir und das sind die Vorzüge auch. Also da ist da alles drin. Der 60TP muss sterben. Grille 15. Danke! Wolle, der nächste kommt. Der nächste, 430 U. Und den Kopf gezogen, oder was? Sehr schön auf Schuss, ja. Als du ihn gesehen hast, Ollo. Bitte? Der STB ist auch gut. Ja, ja, hab's gesehen. Mach's, ne? Zu mir wurde gesagt, er soll sterben. Ja, aber das ist ein geiles 2000er-Brett verpasst. Egal, der tut. Egal, der tut. Wenn schon, denk schon. Passt ihm wahrscheinlich ein 2000er-Brett einfach mal so. Was ist eigentlich mit dem? Kann der mit rankommen, oder? Ja, natürlich. E100 dürfen sich da so nachziehen. Hatte ich aber schon gesagt. Wenn die merken, dass ich alleine bin. Ja. Deswegen, ja. E100 drückt auf G1 vor. Jagd E. Hier, 7. Hab gefressen. Resi drückt ein bisschen in der Mitte. Alter, haut dich so ne Kellen raus. Wer? 277. Ich bin Reload, ich bin Reload. Ich auch, ich auch, ich auch. Komm, 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 komm. Halt ich safe. 2. 1. Ach, hab gefressen. Ich kann hier nicht raus, weil wir D4, ne? Wenn der Superkong nochmal guckt, Besser meiner. Hier sind wir raus. 3. One shot. Der E100 hier, bitte langsam. Sehr schön. Draußen. Vor? Leider, ja. Ja, ich komme wegen dem Leo nicht vor. Der Leo guckt gerade nicht. Jagd E rückt vor. FH rückt vor. Grille, freies Ermessen mit, dass da ne Kanone mit im Gelb ist. Was ist mit dem Arti-Schlag? Sollen wir das 277 rommeln? Äh, warte um die Schlag kann... Öh, auf die Wäste. Ne, scheiße, hat Support. Was? E4 ist ungezogen. Okay, ich nehm den E4 raus. Ach, ihr, ihr müsst, ihr müsst hin und machen. Tim, Vorsicht jetzt, der Hilfe bei mir auf der Seite. Nimmst du's 277? Ihr 7? Okay. Okay, auf. Push links und rechts. Push die, push die einfach so. 277. La, FH, 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 E100. Äh, die beiden Jagdpanzer hier hinten. Ansonsten die Grille auf jeden Fall schon mal wieder zurück Richtung Cappen. Quasi, die wollen uns cappen, ja. Bin um den Weg. Ja, ist das schon. Und der E3... 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 Der E3 braucht jetzt Support. Ja. Wörterbrei. Äh, ist der Arti-Schlag noch da? Hau den mal auf 140er. Nein. Ist raus. Arti... Arti-Schlag auf 140. Ach... Alter, ich krieg kein Ziel rein. SCB... SCB... SCB und 430U haben die Capp-Opte. Und ich krieg kein Ziel rein. Näh, ich hab verschossen. Näh... Näh, bleib ernst. Ja... Noch einmal! SCB... 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 Ich lade noch 13 Sekunden nach. Ja... Ich hab noch 8... Warte, kai, kai... Warte zurück... 9... SCB... Sehr schön. Das ist egal. 4... Ach, come on... Boah, sind es 9 oder 8 oder 9? Oh, keller! Läuft doch! EBR kommt! 5... 4... Hier 7 bleibt... ...stehen! Blue bleibt... 5 bis 7, genau! So, der EBR... Ja, toll, denn die Tür jetzt keiner neben mir, gell? Ja, ansonsten... ...bleibend... Ach, ich brauche... Schuck, ich so sehr bin ich aufgeregt! Ich bleib... Ich bleib hinten, Tim! Ja, Kjell... Kjell, du mal noch bei uns am Cap! Äh, Martin bleibt noch da! Dennis noch da! Erich noch da! Erich noch da! Der Rest ist ja zum Regner-Cap! Wer den Turm drehen kann, hoch! Hehehehe! Nimm ihn raus! Die Zecke! Boah! Baaah! Jaaa! Wer hat sich heute mit dem Racht-Panzer? Mann, das war ne Mücke! Geiler! Stuff! Also... Äh... Nougat! Du kannst dich nicht beschweren, gell? Ich sage 60p muss sterben und du ziehst ihm einfach mal ne... Ja, du hast gesagt, er muss sterben! Na, hab ich... Ja, hör auf dich! Hör auf dich zu beschweren, was? Dann hat er eine 2000er-Kelle verpasst! Ja, du beschwerst dich doch! Der wird gekotzt haben! Hehehehe! Hehehehe! Vielleicht musst du dich einfach klarer ausdrücken, wenn's so gut! Ach so! Bis auf dass ein paar durcheinander gesprochen haben, war's ja ganz gut! Ich hab die Wieser-Ferzen 2000er-Kelle verpasst! Boah! Todes Todes! 150 plus noch! Hehehehe! Wahnsinn, hey! Aber das Objekt wird auch gekotzt haben, wo... wo sie 1600er-Schiller von mir gekriegt hat! Hehehehe! 5450... Naja, geht! So, freuen wir uns und machen so weiter! Ja! 60TP-Munitionslager! Bam! Für wie viel 2000? Für ich sag! 2011! 2032! Oder 2032! Ich hab nur gesagt, er muss sterben! Fandet ihr nicht, dass das ein bisschen konfus war, oder bin ich der Einzige, der so denkt? Wieso? Okay, dann bin ich der Einzige! Alles klar! Was war'n? Erik hat angesagt, wenn er vorgerückt ist! Ich habe angesagt, wenn er vorgerückt ist! Tell, es war 7PHW-Stil! Jaja! 7PHW? Was? Was? Drei Ansager! 7PHW! Wo bist du gewesen, Rieke? 9991! Das könnte auf die Tausender gehen! Könnte! Könnte! Wollen wir's nicht beschwören! Schreit's nicht so laut! Aber eigentlich lief's eigentlich relativ gut mit dem Setup! Wir sind uns voll reingelaufen! Wir haben gut abgewartet! Ein bisschen HP geschont auch! Normalerweise fahren wir immer gleich! Ja, das ist halt die Sache! HP schonen ist halt das, was wichtig ist! Richtig! So wie im Random! So wie im Random! Eigentlich ganz richtig! Wenn's heißt, fahrt irgendwo hin, dann nicht einfach hinfahren sterben! Sondern trotzdem hinfahren, dann auch die HP trotzdem noch schon! Oh! Tschechen! Oh! Was machen wir denn jetzt? Die haben... Vom Prinzip her haben die eigentlich kein... kein richtiges Licht! Hm! Aber sind schnell unterwegs! Doch! Ja! Warte! Schnell! Ich bin am überlegen, ob wir hier einfach relativ stark die Mitte bespielen! Mit allen Heavys sich hier in der Mitte so ein bisschen verteilen! Die Jörg-Konz... Hier tonieren sich hier zwei und hier Zweier! Also ich fahr drüber mit Eric! Ich tipp, die werden die Zweier hochdrücken! Ich fahr auf die andere Seite! Rollo und ich stell uns irgendwo in die Büsche zu spotten oder keine Ahnung! Kannst du nicht machen! Das ist super tief! Ich bin voll langsam... Ey, ich muss mich konzentrieren! Wo willst denn du hin? Ey, der Hund, der Hund! Ich muss mich hier konzentrieren! Die erwarten was von mir! Nicht nur Schokolade essen! Das ist hier kein Spiel, ne? Richtig, das ist kein Spiel! Das ist hier kein Spiel, das ist die harte Realität! Genau! Jetzt haben wir Gefechtsruhe! Ich mach das jetzt weg! Wir haben kein Licht in der Stadt! Ja, das ist schon mal relativ tief! Äh, Nougat, wenn du deine Frau verschonen möchtest, dass sie noch bei klarem Verstand bleibt, dann lass sie nicht mithören, weil sonst ist die irgendwann so verkorkst! Oh, Schuss! Dafür übernehme ich keine Verantwortung und auch keine Haftung! Also war... Du warst Frau unser, der es dann gewiss war, wenn sie wirklich versaut sind, ne? Ey, hier verteilt euch wirklich über die komplette Seite, ne? Über die komplette Stadt da oben! Das hier, dass ihr da aus allen möglichen Richtungen auf die schießen könnt, dann! Überla, komm ich rum! Für die RN-100 ist eh wahrscheinlich die bevorzugte Wahl, dann nicht so! Ja! Also das Objekt 277 müsste jetzt langsam One-Shot sein! Ja! D54 ist unten in der Stadt! Oh ne, doch noch nicht! D54 oder 57? Äh, 57! So hab ich gesagt! Boah, jetzt bin ich im Reload! Alter! Ja, aber... Ich sitze gut hier! Mach dich so! Ja, verstanden! Der E3 kann man mit dem Kinderweber zusammen hier in die Stadt rein! On my way! Das 277 hab ich anscheinend jetzt ein bisschen verjagt! Ist ja in Ordnung! Der hat insgesamt 1433 gefressen! Hättest du's nicht klatzen lassen können wie den... Das hast du nicht gesagt! Ne, das hab ich wirklich gesagt! Deutlich Anweisung! 2 277 klatschen! Ey, da ist er wieder mein Freund! Dennis, warte bitte! Du kannst alleine nicht bestehen! Alter, ich hab... Warte noch! Okay, jetzt geht's wieder! Hör mal ruhig bleiben! Wie kann ich nicht alleine bestehen? Ah! Weil du ne halbe Stunde nachlegst! Arti, Schlag ist raus! Ging auf mich! Ja, alles klar! Kann die Sie immer noch drin behalten? Kann die Sie immer noch drin behalten? Kann die Sie immer noch drin behalten? Unser könnte hier auf die IS-7, wenn das möglich ist! Ich bin gerade am Ein-Aim! Also die Schnittkette! Kann ich auf die IS-7? Ja, ich! Aber ich bin ein Reload! Ja? Soll ich mit dem Jacky hier vorrücken? Äh... Ne, da steht noch mindestens das eine 4-30, ne? Deswegen mein ich ja! Nimm ne HE für den! Warte mal! Alter, 6 HP lass ich ihn stehen! Der ist gekettet! Kriegt der jemand weg? Fick dich! Ich hab ihn nochmal gekettet! Ja... Nimm ihn raus! Jawohl! Also nicht du sollst dich ficken! Du weißt, was ich mein! Ja, Erik, kannst du! 4-30 U pikt! Rechts kommt der Push! Ja, ich die ist gerade! Nee, hier steht noch T-57 Heavy, ja? Boah, drüber hinaus! Leck mich! Wolle, fangst du da noch raus? Wolle, fangst du da noch raus? Nein! Da haben wir alle hinter den... Äh... Ich schieße gerade mit drauf! 4-30 Husch, fährt... Komm, lad nach, du Scheißhobel! Jawohl! Heiß, leider so! 2-277 im... Ähm... Hier... Hier im Bus steht das 4-30, ne? Der... Auf deiner Höhe ist jetzt einer... Wollt jetzt hier hinten durch! Ja, da haben wir überhaupt noch... Ich hab ihn mitbekommen! Ähm... Da brauche ich aber gerne Unterstützung, gell? Fick dich! Ah, in der Senke drin! Komm hier an! Hier, ähm... Die alten Platz könnten mit in die Stadt ziehen, während die dann hier... So hier diese... Über diese Seite hier die Stadt drücken, oben! Was ist die AN? Die AN 100 mit in die Stadt und Super... Jell, was soll das? Will dir helfen? Ja, ist nett gemeint, aber das ist nicht, dass wir es jetzt brauchen. Äh... Jetzt... Jetzt ist egal, jetzt fahr ich mit! TvB hat eine gekriegt, jawoll! TvB muss hier, ähm... Ich bin offen! Hat Camper-Kit, ich komm hoch zu dir! Ich wollte dir nur helfen! Ja! TvB ist 277 plus... Ja, wir werden's pushen! Wie gesagt, jetzt kannst du auch hier! Er lebt nicht mehr lange! Also, ich kann nicht mehr rausfahren, hier steht noch T57 Heavy, ich bin raus! Soll ich mir noch One-shot? Da kann nicht mehr! Ja, verstanden! Verstanden! Z-34, U-S, One-shot! TvB ist raus! TvB ist raus! TvB ist raus! bleib da du wichser so der ist weg jetzt hab ich ihn gepresst ja ja ich bin drauf rammen sehr schön warte ich komm mit in die stadt boys in der stadt stehen wir in der stadt die jagdpanzer hier unten geht die scheiß maus mit dazwischen Leute er ist in der stadt Komme Unterstützung ist unterwegs soll ich immer den Turm weg platzen Fabi pass auf da steht noch äh 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 vorsichtig T57 heavy irgendwo Müsst dem E100 helfen Kai Schau mit ne Maus Ey ich bin nicht so schnell Leute Lasst doch was wirklich vom Kuchen Camperkid geh auf den T57 jetzt Ja in 100 Toko Na komm Fabi Nein Womit hast du überhaupt getroffen Ramin 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 Ja genau Boah fick dich ihr Sieb Alter Ach Leute ich wollte auch was vom Kuchen abhaben Brrrr Also der Ebonat ist ja ein Biest Was? Ja Ich hab gedacht ihr packt es da hinten nicht bei dem Push Weißt du Ist ja nochmal gut gegangen Ey das ist das zweite Ballsack was wir wollen Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht Ob wir so chaotisch sind Also hör mal auf Ich kann doch Tim nicht sterben sehen das ertrage ich nicht Nicer Dicer Wie viel Schaden hatte der Artillerie Schlag eigentlich gemacht? Null Null Er war gleich Und Konk hat's gefreut Irgendwas läuft doch gerade schief Und das coole ist ich habe beide Runden aufgenommen Aha Beide Runden was abgenommen Beide Runden die wir gewonnen haben sind aufgenommen Aufgenommen das auch noch Ja Anzeige ist raus Dann können wir uns eins schuppern Nein nur mit eurer Erlaubnis Ich dritte Runde nehme ich auch noch auf okay Jetzt hätte ich es nicht sagen dürfen Jetzt kriegen wir auf den Sack Ja musstest dann später hier abschneiden Nein Jetzt ist es gut eins zu eins Wir sind wieder am Ausgang Ne Leute das ist das wahre Leben hier Also es ist ungeschminkt und hier wird nichts gekürzt Totales Chaos sag ich nur Kannst du dieses Piepen mit reinschneiden oder ist dir das auch zu viel Aufwand? Ne ich piep da nichts Wenn was zensiert wird Dies raufpiepsen Nein nein Ich lade es immer so eins zu eins hoch Warte mal ich kann für dich kurz piep Danke Du piep Mann Das ist ein random Haufen da drüben Ähm Schaut nicht so aus Ne doch nicht Oh mon dieu Oha 60 tp Kranwagen E100 Nimmt sich diesen Stein da irgendwo keine Ahnung E100 hätte ich gerne unterhalb Richtung offene Pläne orientiert Super Conqueror nimmt hier die Auffahrt E3 hier Und Kinderwerfer hier Ja nein Ja Ja Grille hätte ich gerne hier oben E3 hier Und Kinderwerfer hier 4-7 fährt mit Mit dem Super Conqueror Ja ne ne eher mit dem E100 Boah Fangen wir jetzt mal auf E3 Nach eigenem Ermessen E3 hier unten hin Pass auf hier Äh wo steht sich der Yacht hier hin E3 Mit zu dir hoch So schaut E3 E3 Denn es fällt aufs Plateau E1 Kinderwerfer wollte ich hier Nein E3 Der fließt weiter zurück ist wiederum Was hätte ich halt auch hoch Nein Nein Erstmal ein bisschen defensiv bleiben oder? Darmwagen kannst du mit HEG tun Martin Musst nur gucken dass du den Turm relativ tief triffst Sollen wir ja defensiv erstmal bleiben? Ja bitte Erstmal gucken was die so treiben Gehört Äh Kiel Jo Ich bin auf die Auf den Knick vor euch einvisiert Geh Oh Okay Entschuldigung YouTube YouTube Hier Dennis guck mal ob du hiermit unterstützen kannst Bin gerade unterwegs dorthin Gehört Ereignis ermessen die Havis bloß nichts fressen Bleib mal defensiv Fabi ich versuch mal Ich glaub die pushen gleich da unten an der Wasserseite Äh das glaub ich nicht Äh das glaub ich nicht Pat Aber nicht mehr kommen Was verschossen Haben sich die Jagdpanzer schon von irgendwo gemeldet Haben sich die Jagdpanzer schon von irgendwo gemeldet? Dann komm ich nicht ran Ich Ich Gib'n Schuss aufs 430er Sehr schön Sehr schön Sehr schön Oh sehr schön Jungs Da drüben ist der Kranwagen ok Was? Achso Wo war die Schlag nochmal eigentlich? Fabi Fahr mit runter drück Fahr mit zu den E100 Ich hab hier die Flanke im Visier Äh hallo Meine Maut Ateam Ateam Artillerischschlag? Äh Achso Kali Ich hab hier Was noch drauf Äh der Der könnte auf den 60 TP Wenn der einsehbar ist Was ist das? Ja Ach eh den hab ich eine gedrückt Warte Spar plus Licht wo der 60 ist Jo Verstanden Ich kann meinen Turm nicht bewegen Ich weiß nicht warum Dennis kriegst du das Objekt raus Ich hab's doch gewusst Mann Ah Der Kranwagen bewegt sich Das ist scheiße Komm ich komm ich komm ich komm Äh hier ähm Ich aim rüber Bei mir geht gar nichts Ich aim genau hier hin Tim So jag dir jetzt one shot Jag dir jetzt one shot Jag dir jetzt one shot Mein Spiel ist grad Klar Dennis lass dich mal zurückfallen Kann ich nicht Ja Brauch hier Unterstützung Ganz dringend Ja ich guck schon mit drauf Warum? Fahr zurück Tim Zurück Zurück Kann ich mit wuppen Wir haben sie Wir haben sie Raa Drüber hinaus Ja dankeschön Kette Kette Auf Kette Aber hier drüben war noch ein P3 Gell Nein der war unten Wir haben sie Ich bin gerade überlegen Nee Nee Grille Grille verdient Zu richtung Cap Dennis Cap Dennis Cap Scheiße Jetzt bin ich gekettet Alles ist okay Patrick Fuck Ja Das ist mal Du lässt sich nicht mehr drehen, gar nix mehr, ich kann nicht mehr schießen, gar nix, nur noch Fahrer zurück, wir haben keine Maus verloren. Patrick, schau mal Alt-Tab. Warte mal, Alt-Tab. Gar nix, tut sich gar nix. B3 ist One-Shot. Er hat verschossen. Wir müssen hier rechts bisschen Druck geben, ich hab die Flanke verloren unten, mit dem Tim. BZ hat geschossen. Mein Fahrer ist im Arsch, oh man. Äh, Kjell, ne Quatsch, da können wir nicht vorbei jetzt, ne? Mein Fahrer ist im Arsch, ich fahr 5 kmh oder 20. Ähm, Kjell, fahr du aber dennoch bitte mal hinten rum Richtung Cap jetzt. Könnte sein, dass du da den Kramwagen gleich demontieren musst. Wie viel hat der? 1600. Ich bin mit drauf, wenn du ihn aus dem Cap rauslockst, dann kann ich mit drauf wirken. Mann, warum kann jetzt... Wer ist ich? Erik. Yes! Ach, du stehst oben, okay. TDS! Ich bin aufflucht gekommen. Aua. Strittwagen auf mich. Dann müsstest du doch zurückschießen können, oder nicht? Bin grad im Reload und hast ihn verzipft, dass ich jetzt wieder... Die ist blind rein. Der fährt da bestimmt wieder hin. Ich hab'n Kramwagen gefunden. Hat die IS-7? Ja, also solange der nicht in den Cap fährt, ist alles gut, Dennis. Also bleib... Einfach nur inhalten. Was zum Fick ist das eigentlich? Warum? Äh, ansonsten drück mal rechte Maustaste, Patrick. Ja, ich kann generell. Ich komm mit meiner Maus mal an, die hat's mal geschlickt, eingeschickt. Du hast uns sogar beim Laptop mit dem Touch, die das geht. Du hast ihn verworfen. Äh, hat deine Maus... ist deine Maus Kabel gebunden? Ja, ja, Kabel gebunden. Aber es geht auch mit dem Kabel trug, der so Pan ist. Jagdpanzer, der... Ich kann nicht mehr traden, Kai. Drück mal ansonsten... Ja, dann zieh noch weiter raus. Was? Peiltasten, Patrick. So offen? Ja, ja. So komm ich nicht ran. Deswegen komm der. Boah, jetzt... Jetzt. Leute, wir reden früher zu viel. Ja, viel zu chaotisch. Ja, ähm... Patrick, ansonsten... Bin tot! Du musstest ja zumindest die Schüsse tanken können, oder? Ja. Ja. Dann fahr du mal bitte vorm Kai vorne weg. Der Abwagen kommt. Ich bin tot! Jagdp ist tot! Das interessiert keinen Kai, fahr mal... Dennis, lass dich weiter zurückfallen, wenn es ist. Fahr vor Patrick. Ja, ich kann halt... ich kann halt nicht, ne? Ja, helf du mal, Dennis. Alles klar, ich bin da. Ich kann halt nur die Schüsse, ne? Ja. Versuch ihn zu locken, okay? Du hinter... hinter... Patrick, ja. Ich bin da, Dennis. Geh safe irgendwie, okay? Der hat zwei Schüsse, glaub ich. Oder drei, der Kranwagen. Vorsicht! Kai, Kai Patrick, der macht das so weiter, ja. Du bist von hinten, Vorsicht! Äh... Obst du schlauern? Boah, ist... Abgeprallt. Die Stelle 15 ist gleich tot. Kann gar nix. Wenn du vorfahren kannst, komm ich schon mit. Ihr müsst den jetzt hier ficken, wenn's geht. Ah, ein Wagen dreht sich... Dennis, ich brauch Info, ob er geschossen hat. Der Kranwagen. Ja, sag mir Bescheid, wann und wie viel. Der Kranwagen ist hier. Hier ist 7, du kannst dich da droppen lassen und dann kannst du den Stritzwagen rausnehmen. Da, wo du eben gerade gesehen bist. Vorsicht! Fabi unten! Denk's! 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 Hilfe! Ah, shit happens! Denk's! Fuck you, hey! Man! Gebounced! Komm Kai, nimm ihn raus! Mach's das so einfach! Fabi! Jetzt drehen Fabi auf den Kranwagen! Auf den Kranwagen, Fabi! Ich starte dann kurz, mein Spiel neu. Fabi, fahr vor zum Stein! Fahr vor zu dem Steinstand! Er, geh hin an Stein! Geh hin an Stein! Und dann, rechts sind die Büsche, da kannst du die reinstellen. Dann gehst du nicht sofort auf. Die Unterwand ist Butter von dem Kasten. Naja, ansonsten, du kannst den Kranwagen auch einfach raus tanken. Da kann dir 3 Schuss geben, das sind... Ist jetzt eh vorbei. Gut, 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 gut! Unentschieden! Ah, schade! Ah, ich hätte den Stritzen rausnehmen sollen! Unentschieden ist besser als Niederlache, oder? Auf jeden Fall! Sorry! Alles gut, Patrick! Das kann jedem mal passieren! Ich mag keine Strits! Das sind dann technische Probleme! Kann man nicht verhindern! Ähm, hast du ein bisschen panisch reagiert, das war das Problem! Vielleicht, sag ich jetzt mal! 3 Kills! Du musst bei sowas ruhig bleiben! Einfach sagen, hey, mein Maus funktioniert sich fertig aus! Ja! Und dann schaust du, was du machen kannst! Geh mal schnell Pull-On! In diesem Fall ist das, was man dann halt noch machen kann, ist die Panzerung und die Struktur mit einbringen! Trotz eine gute Leistung! Und dann abgelaufen die Lok... Und dann...